Hi, ich bin Glenn. Schön, dass du da bist. In diesem Video verrate ich dir nicht nur, wie ich meinen besten Erdmix selber mixe, sondern ich beantworte dir auch alle Fragen, die ich häufig von dir gestellt bekomme, rund um meinen Erdmix. Bevor ich aber erst einmal zeige, wie dieser Erdmix jetzt gemixt wird, warum ist dieser Erdmix überhaupt so gut? Wenn du schon weißt, warum der Erdmix so gut ist, dann habe ich dir direkt schon in den Zeitstempeln markiert, wie es als nächstes weitergeht. Ansonsten kommt jetzt erstmal die Zusammenfassung. Erde bildet nämlich in Töpfen einen Grundwasserspiegel und zwar genau hier unten am Topfboden. Und es ist völlig egal, ob der Löcher drin sind oder nicht, da ist immer ein Grundwasserspiegel drin. Wie hoch dieser Grundwasserspiegel ist, ist abhängig davon, wie fein oder auch grob deine Erde ist. Jede Erde bildet in unterschiedlichen Töpfen einen gleich hohen Grundwasserspiegel. Zum Vergleich, dieser und dieser Topf haben den gleich hohen Grundwasserspiegel, sofern sich die gleiche Erde darin befindet. Warum ist der Grundwasserspiegel jetzt schlecht? Der Grundwasserspiegel ist eine Zone, welche vollständig von Wasser gesättigt ist und in welchen die Pflanzenwurzeln nicht atmen können. Die Pflanzenwurzeln wachsen jetzt also in diesen Grundwasserspiegel rein, sterben ab, wachsen wieder rein, sterben ab und die Pflanze lernt nicht daraus. Sie wächst immer wieder rein und stirbt ab. Und das kostet die Pflanze einfach Kraft. Jede Pflanze kommt allerdings unterschiedlich gut damit klar. Du kannst den Grundwasserspiegel leider nicht beeinflussen, indem du jetzt einfach die Erde austrocknen lässt. Der Grundwasserspiegel ist die Mindestmenge an Wasser deiner Erde. Wenn der Grundwasserspiegel ausgetrocknet ist, ist deine Erde ausgetrocknet und deine Pflanze vertrocknet. Erden, in welchen Pflanzen verkauft werden, sind sehr fein. Hier siehst du das zum Beispiel. Die Erde ist sehr, sehr fein. Sehr, sehr feine Substrate bzw. Erden haben einen möglichst hohen Grundwasserspiegel. Das ist schlecht. Das möchtest du nicht. Häufig sage ich daher, dass die Erde, in welcher sich die Pflanze befindet, nicht die richtige Erde für die Pflanze ist. Ich meine meist damit nicht, dass Erde im Allgemeinen nicht gut für die Pflanze ist, sondern die Erde, in welcher du die Pflanze kaufst. Diese Erde ist gut fürs Gewächshaus und die Zucht darin, aber nicht gut für dein Zuhause und das dauerhafte Leben in einer Wohnung. Deine Pflanze wird auf kurz oder lang Schäden nehmen. Du wirst dir denken, ach, jetzt habe ich schon wieder mich nicht so gut um eine Pflanze gekümmert. Du wirst Geld aus dem Fenster raus, bist traurig, weil deine Lieblingslanze, die du gerade erst neu gekauft hast, eingegangen ist. Alle sind traurig. Das ist doch doof. Wie vermeidest du jetzt eigentlich einen Grundwasserspiegel? Naja, wenn besonders feine Substrate einen sehr hohen Grundwasserspiegel haben, dann haben besonders grobe Bestandteile einen möglichst geringen Grundwasserspiegel. Im Idealfall ist das Substrat, was du verwendest, mindestens ein Millimeter groß. So eine Erde kann da nicht wirklich mithalten. Umso gröber dein Substrat dabei ist, desto besser geht es deiner Pflanze. Du musst allerdings auch darauf achten, dass auch feine Bestandteile mit in deinem Substratmix enthalten sind, denn das hilft deiner Pflanze, Wasser gut aufzunehmen. Mein Erdmix beherzigt das alles und ist in meinen Augen der beste Erdmix, den du dein Zimmerpflanzen gönnen kannst. Der Erdmix ist zurückzuführen auf den 511-Mix bzw. ein Erdmix für Aeron-Stabgewächse, welcher einmal in einem Forum veröffentlicht wurde. Zu den Aeron-Stabgewächsen zählen beispielsweise Pflanzen wie die Monstera, die Alokasia, die Kolokasia, der Philodendron, die Raphidophora, die Diefenbachia und auch viele, viele, viele andere Pflanzen. Guck einfach einmal ganz kurz bei Wikipedia nach, wenn du dir nicht sicher bist, ob deine Pflanze ein Aeron-Stabgewächs ist. Die Information, ob deine Pflanze ein Aeron-Stabgewächs ist, findest du unter dem Punkt Familie, also Pflanzenfamilie. Es gibt wirklich viele Aeron-Stabgewächse. All diese Pflanzen werden den Erdmix lieben. Für meinen Erdmix brauchst du insgesamt sieben Bestandteile. Alle die Bestandteile, die ich dir empfehlen würde und die auch ich selber verwende, findest du natürlich in der Beschreibung, denn ich habe sie einfach alle mal bestellt und ausprobiert. Du kannst natürlich auch immer noch deine eigenen Erfahrungen sammeln, kannst dir aber auch, was das angeht, also den Erdmix angeht, die Arbeit sparen. Der Erdmix setzt sich aus 10 groben Teilen, 4 mittelgroben Teilen und 2 feinen Teilen zusammen. Ich gehe dabei nach Volumen, nicht nach Gewicht. Zu den groben Bestandteilen zählen Kokoschips, große Pinienrinde, grobe Pinienrinde und auch mittelgrobe Pinienrinde. Zu den mittelgroben Bestandteilen Pellit und Bims und zu den feinen Bestandteilen zählt Wurmhummus und Kokoserde. Das mische ich jetzt alles mit dir zusammen. Das Ganze mische ich in einer lichtdurchlässigen Kiste, sodass ich diese auch gleich später verwenden kann, um die Erde darin zu lagern. Bevorzugt fülle ich alles in Schüsseln ab. Ich benötige 5 Teile Kokoschips. Teil 1. So sehen übrigens die Kokoschips aus, die ich jetzt verwende. Das ist Teil 2. Teil 3. 4. 5. Weiter geht's mit grober Pinienrinde. Von der groben Pinienrinde, Körnungsgröße 25 bis 40 Millimeter, benötige ich 2 Teile. Erster Teil grobe Pinienrinde, wenn die übrigens mal schimmlich bei dir ankommt, gar kein Problem, ich erkläre dir am Ende vom Video, was du dann machst. Sage ich nochmal auf alle Fragen ein. Oh, das riecht so gut. Ich liebe den Duft von Pinienrinde. Zweiter Teil grobe Pinienrinde. Weiter geht es mit mittelgrober Pinienrinde in der Körnungsgröße 15 bis 25 Millimeter. Teil 1, 2 und Teil 3. Damit's beim weiteren Vermischen nicht so staubt, sprühe ich einmal ganz kurz Wasser rauf. Ich kann auch schon mal ganz grob jetzt vormischen. Das macht das spätere Mischen noch viel leichter. Zu den vier mittelgroben Bestandteilen zählen BIMS und PERLIT. PERLIT ist meist bis Körnungsgröße 6 Millimeter zu erhalten und den BIMS verwende ich in der Körnungsgröße 5 bis 8 Millimeter. Beide Bestandteile verwende ich in ausgewogenem Verhältnis. Also von beiden zwei Teile. Erster Teil BIMS Körnungsgröße 5 bis 8 Millimeter. Zweiter Teil BIMS. Danach kommt PERLIT. Erster Teil PERLIT. Beachte bitte, dass PERLIT meist immer feucht verwendet werden sollte. Der Staub ist nicht gut für deine Lunge. Und der zweite Teil PERLIT. Weiter geht es mit den feinen Bestandteilen und zwar Kokoserde und Wurmhummus je ein Teil. Hier ist der Teil Kokoserde. Riecht das gut? Ein Teil kommt dazu und noch ein Teil Wurmhummus dazu. Fertig. Jetzt wird das Ganze nur noch gemischt. So sieht das Ganze noch ungemischt aus und man kann sehr gut das Verhältnis von groben zu mittelgroben zu feinen Teilen sehen. 10 grobe Teile, 4 mittelgrobe Teile, 2 feine Teile. Damit ich hier nicht so viel Staub einatme, kommt ein Deckel dabei rauf. Wenn das Ganze schon ein wenig vermischt ist, füge ich dann noch einen Esslöffel Pflanzenasche hinzu. Bitte achte immer darauf, wenn du Pflanzenkohle oder auch Asche verwendest. Die sollte immer aufgedüngt sein. Eine nicht aufgedüngte Kohle oder auch Asche entzieht deiner Erde erst einmal Nährstoffe und sorgt dafür, dass deine Pflanze nicht so wirklich wächst. Ich weiß übrigens auch nicht, warum ich mir das Abmessen immer mit Schüsseln angewöhnt habe, aber ich finde das einfach sehr praktisch zum Abfüllen von Volumen. Und so habe ich immer eine fast volle Kiste. Jetzt wird nochmal durchgemischt. So sieht übrigens mein bester selbst gemixte Erdmix aus, der sich für alle Arbonstabgewächse eignet. Besonders toll finde ich an diesem Erdmix übrigens, dass er perfekt grob, ausreichend mittelgrob und nicht zu fein gemischt wird. Mykorrhizia-Pilze verwende ich übrigens manchmal auch. Diese solltest du auf jeden Fall verwenden, wenn du keinen Wurmhummus verwenden möchtest und Wurmhummus mit Kokoserde ersetzt. Allerdings solltest du beim Versand von Mykorrhizia-Pilzen aufpassen. Du weißt nicht genau, wie sie gelagert werden und bei zu hohen Temperaturen sterben diese. Der Erdmix ist fertig gemischt und bereit, verwendet zu werden. Du musst aber nicht gleich die ganze Erde verwenden. Kannst sie auch erstmal lagern. Ich würde den Deckel drauf machen, ab und zu lüften. Achte vor der Neuverwendung nochmal darauf, alles gut durchzumischen. Los geht's mit euren Fragen. Kannst du jetzt eigentlich irgendeinen dieser Bestandteile durch einen anderen Bestandteil ersetzen? Ja, das kannst du machen, sofern du das Verhältnis beibehältst. Also 10 grobe Teile, 4 mittelgrobe Teile und 2 feine Teile. Du kannst aus jeder der Kategorien, also grob, mittelgrob und fein, theoretisch einen Bestandteil aussuchen, den du haben möchtest. Ich würde dir aber davon abraten, denn dieser Mix ist sehr ausgewogen und ideal abgestimmt, sodass im Idealfall keine anderen Zutaten von dir hinzugefügt oder ausgetauscht werden. Denn jeder Bestandteil hat seine ganz bestimmten Eigenschaften und nur zusammen machen sie den Erdmix zu meinem besten Erdmix. Häufig werde ich gefragt, für welchen groben Bestandteil ich mich entscheiden würde, also grobe Pinienrinde, mittelgrobe Pinienrinde oder Kokoschips. Mein Favorit, müsste ich mich entscheiden, was ich aber nicht tue, sind große Kokoschips. Wenn du dich zwischen Perlit oder auch Bims entscheiden möchtest, dann stell dir zwei Fragen. Wie lang ist die Pflanze im Topf und wie gießt du eigentlich? Wenn deine Pflanze länger als 5 Jahre im Topf bleiben soll, dann nimm Bims. Denn Perlit zerfällt theoretisch nach 5 Jahren. Nicht immer zerfällt Perlit, aber 5 Jahre ist ein guter Richtwert. Wenn du deine Pflanzen von oben gießt, dann schwimmt das Perlit nach oben. Wenn du deine Pflanzen tauchst, dann sinkt Bims nach unten. Das Ganze erkläre ich aber nochmal in einem separaten Video, das verlinke ich dir jetzt oben. Das heißt, wenn du von oben gießt, nimm Bims. Und wenn du von unten tauchst, nimm Perlit. Bei den Feinbestandteilen würde ich mich, wenn ich es müsste, für Wurmhummus entscheiden. Häufig sehe ich übrigens auch in Nachrichten, dass Ceramis mit in die Erde reingemischt wird. Bitte macht das nicht. Das wäre meine Auswahl, wenn ich mich entscheiden müsste. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dieser Erdmix hier, der ist so gut, weil er die einzelnen Bestandteile hat. Und nicht, wenn man die einzelnen Bestandteile weglässt. Was machst du übrigens mit kleinen Töpfen, wie zum Beispiel diesen Topf? Das ist, glaube ich, ein 8 cm Topf. Alles ab 9 cm klappt richtig gut bei dem Erdmix. Wenn ich jetzt hier sehr grobe Pinienrinde einfülle, geht theoretisch auch noch. Okay, alles unter 7 cm geht nicht so wirklich. So würde das dann aussehen. Man kann die grobe Pinienrinde bei kleineren Töpfen durch Kokoschips ersetzen. Wie lagerst du jetzt eigentlich so eine Erde? Genau so. In einer lichtdurchlässigen Kiste, ohne Löcher. Und du lüftest einmal die Woche. Beim Lüften guckst du einmal, ob die Erde noch feucht genug ist. Die hier ist sogar ein bisschen zu trocken. Die würde ich jetzt einmal gießen. Und zwar genau so. Einfach das Wasser hier reinschütten. Das verteilt sich von ganz alleine. Denn so eine Erde sollte im Allgemeinen nicht austrocknen. Was meine ich jetzt damit? Eine trockene Erde ist eine tote Erde. Und du möchtest aktives Bodenleben in dieser Erde drin haben. Und dafür braucht die Erde bzw. das Bodenleben Feuchtigkeit. Du musst jetzt nicht dafür sorgen, dass deine Erde triefend nass ist und du sie ausbringen kannst. Das bitte auf gar keinen Fall. Einfach ein bisschen Wasser raufschütten, damit sie leicht feucht ist. Damit geht es dem Bodenleben gut und es lebt. Durch eine feucht gehaltene Erde ermöglichst du ideale Wachstumsbedingungen. Nicht nur für das Bodenleben, sondern auch für deine Pflanze. Eine Erde, die zuvor ausgetrocknet ist, kann sogar gar keine organischen Dünger verwerten. Solltest du die verwenden wollen, eine Erde muss dann erst wiederbelebt werden. Und in diesem Zeitraum kannst du nur mineralische Dünger verwenden. Angenommen, du möchtest nach und nach deinem Bodenleben wiederbeleben und es nach und nach füttern. Dann misch einfach in deinen mineralischen Dünger ein bisschen organischen Dünger und erhöhe diesen Anteil nach und nach. Welchen Dünger ich verwende, findest du natürlich in meiner Videobeschreibung. Brauchst du unbedingt Wurmhumus? Ja, denn sonst ist deine Erde eigentlich ohne Bodenleben, sofern deine ganzen Zutaten trocken bei dir gelagert wurden oder bei dir ankamen. Beziehungsweise du brauchst irgendwas, was Bodenleben in dein Erdmix jetzt mit reinbringt. Hierfür eignet sich beispielsweise Wurmhumus oder auch Kompost. Entweder Wurmhumus oder Kompost wird benötigt. Eignet sich der Mix auch für kleine Pflanzen? Ja, angenommen du hast jetzt hier in diesem Topf eine kleine Pflanze drin. Achte allerdings darauf, dass in der Mitte vom Topf häufig dann mehr Feuchtigkeit benötigt wird, insbesondere auch am Anfang. Und du musst also hier ein wenig vorsichtiger gießen, beziehungsweise mit mehr Bedacht, dass die Pflanze im mittleren Teil noch mehr Wasser bekommt, bis sie sich an den neuen Mix gewöhnt hat. Woher weißt du jetzt eigentlich, ob du so eine schöne Pflanze in diesem Erdmix gießen musst? Wenn ich meine Pflanze umtopfe, dann weiß ich ja, wie viel der Erdmix ohne Wasser wiegt. Wenn ich sie eingetopft habe, die Pflanze, dann gieße ich sie an. Das heißt, ich hebe die ungegossene Pflanze hoch und auch die gegossene Pflanze. Und so weiß ich, wann die Pflanze wieder Wasser haben möchte. Und zwar, wenn der Topf leichter wird. Mit der Zeit wird auch das leichter. Das heißt, ich laufe immer rum, hebe den Topf an und weiß, ah okay, der Topf ist jetzt schon wieder leicht. Die Pflanze braucht wieder Wasser. Und das ist einfach eine Übungssache, damit du einfacher erkennst, wann jetzt der Topf Wasser benötigt, beziehungsweise eigentlich die Pflanze Wasser benötigt. Schreib doch mal in die Kommentare, wie du eigentlich weißt, ob deine Pflanze gegossen werden muss. Ich glaube, das hilft uns allen. Wasserstandsanzeiger klappen übrigens mit diesem Mix nicht so gut, denn der Erdmix ist zu grob und zeigen dir nicht wirklich zuverlässig an, ob die Erde gewässert werden möchte oder nicht. Welchen Dünger soll ich nehmen? Das ist abhängig davon, ob du organische oder mineralische Dünger verwendest. Es konnte nachgewiesen werden, dass Pflanzen, die organische Dünger bekommen, nachweislich gesünder leben. Bitte bedenke, dass organische Dünger nicht immer alle Nährstoffe abdecken und so mische ich meinem organischen Dünger auch immer etwas mineralischen Dünger mit dazu. Alle Dünger, die ich bevorzuge, findest du in meiner Videobeschreibung. Was kannst du bei Schimmel machen? Schimmel ist erstmal gar nicht so schlecht, denn das heißt, dass deine Erde lebt. Und eine lebendige Erde ist eine gute Erde. Es kann auch jetzt beispielsweise passieren, dass direkt nach dem Anmischen diese Erde hier drin anfängt zu schimmeln. Nach einer Woche ist der Schimmel aber meistens weg, denn dann hat sich das Ganze wieder selbst reguliert. Solltest du es zum Beispiel in einen Terracotta-Topf gepflanzt haben und der Schimmel ist auch außen am Rand vom Terracotta-Topf, kannst du es einfach mit einem feuchten Lappen abfischen. Bei mir persönlich hat jetzt noch keine Erde länger als eine Woche geschimmelt. Solltest du Schimmel vorbeugen wollen, könntest du zum Beispiel diese Erde in eine feuerfeste Schüssel machen und bei 200 Grad befeuchtet für 20 Minuten im Ofen sterilisieren oder auch mit Niemöl besprühen. Hier verwende ich 10 Milliliter Niemöl auf 1 Liter Wasser, sprühe das Ganze damit ein. Niemöl und auch das Abbacken im Ofen töten alles ab und sorgen dafür, dass die Erde sterilisiert ist. Bitte bedenke, eine sterilisierte Erde ist wieder eine tote Erde. Und was kannst du jetzt machen, wenn deine Pinienrinde aus dem Pinienrindensack schimmelt? Das passiert manchmal, wenn die Pinienrinde auf dem Transportweg leicht feucht geworden ist. Auch das ist ganz normal. Misch die Pinienrinde erstmal mit in deinen Erdmix und die restliche Pinienrinde lässt du trocknen. In dem Erdmix reguliert sich das wieder und die andere Pinienrinde wird durchs Trocknen wieder entschimmelt. Muss ich eine Pflanze düngen, die in diesen Erdmix gesetzt wurde? Ja, auch wenn in diesem Erdmix jetzt Wurmhummus drin ist und auch wenn hier aufgedüngte Pflanzenasche drin ist, diese Erde braucht trotzdem Dünger. Ja, und wann soll ich jetzt düngen? Ich persönlich fange ca. einen Monat nach dem Umtopfen an, die Pflanze zu düngen und achte dabei aber davor darauf, dass ich oberes Pflanzenwachstum sehe. Das heißt, ich sehe, die Pflanze ist in der Erde angekommen und wächst weiter. Dann geht's los mit dem Düngen. Kann ich den Erdmix jetzt auch für andere Nicht-Aron-Stabgewächse verwenden? Naja, so ziemlich jeder sagt immer, das ist der beste Erdmix für alle Pflanzen. Aber das gibt es eigentlich nicht. Pflanzen haben unterschiedliche Bedürfnisse und benötigen daher auch unterschiedliche Erden. Nicht umsonst habe ich einen Erdmix für Aron-Stabgewächse, einen mineralischen Mix und auch einen Mix für Sukkulenten und Kakteen. Es gibt leider keinen Erdmix für alle Zimmerpflanzen. Es stimmt nicht, wenn man sagt, dass es einen Erdmix für alle Pflanzen gibt. Pflanzen haben unterschiedliche Bedürfnisse, manchmal haben sie Überschneidungen, manchmal nicht. Umso besser du die Eigenschaften eines jeden Bestandteils kennst, desto eher kannst du den Erdmix auch an die Bedürfnisse deiner Pflanze an anderen Standorten anpassen. Versuch dir einfach immer die Frage zu stellen, wo lebt denn eigentlich die Pflanze in ihrem natürlichen Lebensraum? Welche Erde ist dort vorhanden? Wie kannst du das mit den Einzelbestandteilen, die du zu Hause hast, gut abbilden? Guck dir einfach Bilder von der Pflanze in ihrem natürlichen Lebensraum an und das hilft dir bei der Auswahl des richtigen Substrates. Das waren alle Fragen, die ich am häufigsten zu meinem Erdmix gestellt bekomme. Hast du noch andere Fragen? Dann hinterlass sie gerne in den Kommentaren. Ein Abo oder auch ein Daumen hoch unterstützen meinen Kanal sehr. Ich freue mich auch, dich in meinem nächsten Video zu sehen. Sieh dir doch vielleicht direkt das nächste Video an. Ich hoffe, dir geht es gut. Bis dann. Ciao. Kakao.